Ja, erst die Seeschlacht ist besser. Wir nehmen hier alle Truppen, also alle Schiffe, aus in die Schaluppe und gehen damit direkt in die Seeschlacht. Genau. Die spielen wir auch. Das ist die zweite Seeschlacht gegen die Dänen. So, unsere Truppen haben sich aufgestellt. Dann gehen wir mal in Windrichtung. Los geht's. Wir kriegen noch eine Versch... Äh, die Schaluppe, die kommt noch nach. Das will ich aber nicht. Ähm, die werden wir gleich wegschicken. Nein, fließt. So. Und die richtigen Schiffe, die mit denen wir kämpfen wollen, schicken wir in den Kampf. So. Wenn die Schaluppe verloren werden, würde ich die Schaluppe verloren. Ich würde, das wäre heftig, weil wir sind gerade eben bei so 3000 Soldaten oder so drauf. Das dürfen wir auf keinen Fall riskieren. So, eindrehen bitte. Auf das am nächsten liegende Schiff, hervorragend, gut geschossen. Ja. Aber die Brücke hat ordentlich was abbekommen und los geht's mit der Seeschlacht. Der Dane hat einfach nur vier Bricks, also nichts Besonderes. Oh, schon nachgeladen, so schön. Genau. Ups, hier blockieren sie nicht mal wieder. Ja. Dann ist der Weg wenigstens frei für unsere Handelsschiffe, wenn wir das gewonnen haben. Wir müssen mal am Ereizflagschiff und der Fregatte kann eigentlich nicht viel schief gehen hier. Oh, und den Bricks schießen auch, das ist nett. Ja, sehr schön, aber die mächtigsten Breitseiten kommen immer noch von Ereizflagschiff, das ist ganz klar. Vor allem werden wir diesen Breitseiten auch die meisten Kanonen zerstört. Deren Breitseite besteht jetzt noch aus vier Kanonenkugeln hier. Ja. Oh ja. Das ist schön. Besorgt. Flieht. Fast alle Geschütze zerstört, ja. Das kannst du ja mal haben. Trotzdem heißt es weiterschießen. Damit die auch bitteschön nach Möglichkeit versenkt wird. Ja. Woops. Woops. Die hat schon eine ordentliche Schlagseite Ja, sie sinkt sehr schön Sie sinkt Das habe ich kommen sehen So, dann gehen wir mal auf die zweite Die ist auch schon ordentlich beschädigt Brennt die? Ne So, die erste ist schon mal weg Jetzt drehen sie sich wieder ein Das mache ich nicht mit Den Spaß, da drehen wir uns selber ein Auf Wiedersehen Die sollen gefälligst zu uns hin kommen So Da geht doch, sie kommen zurück Ja Si Ja, ich bin so schön Jetzt meinen die gerade mal wieder ganz dringend abhauen zu müssen hier. Ja, schöne Salve. Sie flieht, das finde ich nicht gut. Hier haben wir eine... So, wir versuchen mal zu entern. Ja, die Convention haben gesessen. Ups, das ist zu langsam. Und sie sinkt, sehr schön. Ja. Die kommt nochmal zurück, das finde ich persönlich sehr gut. Dann gehe ich nämlich doch auf die drauf. Und die sind jetzt auch gleich wieder hier dabei, hoffe ich. So, das zweite Stipp ist auch weg. Beschleunige mal kurz. Jawohl, ihr kommt näher und näher und näher. Auf Garnettchen bitte. Und dann wollen wir mal gucken, ob wir die Brick hier in Schuppenasche schießen. Wir haben 18 mehr Männer. Und vor allem haben wir... Und unsere Fregatte. Natürlich. So, wir versuchen mal anzunehmen. So, wir sehen uns beim Schuppenasche.